Hallo, ich habe hier rumgetestet, wie es funktioniert. Ich habe es geschafft. Das Mana muss direkt auf die Platte geschossen werden. Und hallo, Maudadu. Hallo. Hast du auch angefangen aufzunehmen? Ich habe einfach F7 gedrückt. Und ich weiß jetzt nicht, wann es angefangen hat, aber irgendwann... Okay, Entschuldigung. Wobei es braucht bei mir immer so eine Launch-Time. Ich wollte nur meine Zuschauer teilhaben lassen. Wie ich dieses... Wie das da vorne, was auch immer da gerade passiert, passiert. Äh, sch... Also... Chester will zum Beherstellen. Dafür brauchen wir noch hier Gaia-Spirit, aber keine Ahnung, woher man das bekommt. Äh... Und wir haben alles automatisiert, es funktioniert alles soweit. Wir könnten jetzt nur noch unsere... Unsere Energieversorgung etwas verbessern, weil wir ja schon irgendwie immer am Limit leben. Ja. Stimm ich dir zu, es wäre ganz cool. Okay, das schaue ich mal. Äh... Dann brauchen wir wieder Magmatic. Sollte da irgendwas passieren? Und wie davon was? Ich brauche mir Inva. Brauchen wir Inva. Dafür brauchen wir Inva Dust. Für Inva Dust brauchen wir... Eisen und Ferus. Eeeer... So... Pulverisieren. Iron. Pulverisieren. Und dann können wir daraus wieder Inva machen und dann haben wir, glaube ich, auch alles... Können wir noch mal? Oh... Agora ... hier. Silber brauchen wir noch. Oh, davon haben wir ja. Silber! Ja. Genüüüüüüüss. Ausreichend! okay was machst du grad ich warte grad bis alles fertig gebraten ist ich hab nichts zu tun ich schau mir zu mir zu wie er nicht das zeug aufheben ja ich glaube wir brauchen besseren mana spreader ja stimmt der mana spreader an dem wir jetzt wohl liegen ja weil der schießt nicht genug mana auf die platte und wir brauchen halben mana pull voll mana und das ding schießt so langsam mana dass es zehn jahre dauert bis es da drüben ist spark wurde wir brauchen ein spark ein mana spark oder einfach ein spark ne ich weiß es nicht was immer stand dann irgendwas mit dem spark stand doch da multiple starks wird make it go faster to fliegende dinger die meinst du diese ich weiß nicht ob wir die brauche die anderen die runen die chinesischen zeichen ich weiß es nicht es gibt auch ein korrupt koperia spark warte mal was was können wir denn für spreader bauen ich schau mal nach meinem nach meinem ferus oh das war gar kein ohr ingots oh stellen wir mal immer her ach können wir jetzt nicht schneller schießen und das raus ist gar nichts ich brauche noch vorher die so so müssen wir das hier schon mal vorbereiten dann müssen da oben die kabel hin hmmm jemand hat auch geschrieben ich weiß nicht ich hab das feld nicht kaputt gemacht es war schon werden ez zum herstellen aber oh das licht fährt immer weiter zusammen ich sehe das nicht so aus ist zwar ganz cool aber ich hab angst dass die items vorher die spawnen nee das wäre zu viel das wird zu viel zu lang dauern ich guck mal was im internet steht KONDITUDE KONDITUDE ja gut scheinbar kann man es nicht schneller machen wir wollen 10 stück machen dafür brauchen wir ja 20 gears und für jedes gear brauchen wir 4 dann machen wir gott denn ich muss ja gar nicht die gear die die anzahl an dings sondern also brauchen wir 20 zahnräder ein zwei ich brauche mal mehr mana spreader ich brauche mal mehr mana spreader ich brauche mal mehr mana spreader weil irgendwie sonst dauert das zu lange oh und wir haben 10 mystical ahja mana spreader achso shift klingt was ja eins so und jetzt können wir eigentlich noch ganz viele banken bauen wir energie speichern können jetzt haben wir wieder richtig viel energie weil ich glaube auch ja toll die items sind despawned am maximum was man energie senden kann über den ich weiß das nicht naja schauen wir mal nach den banken ich brauche mehr mana spreader auf jeden fall dass wir es genug dafür brauchen emeralds ach je macht man nochmal die pure daisy irgendwie mit den blättern ne auf dem red zone block electric steel schauen wir mal den electric steel an wie hat man das gemacht coal dust coal dust haben wir noch einen nachbar wo wir holz klauen dürfen denkmal bei sturmwaffel immer noch oder ok wenn nicht könnte ich auch später mal eine automatische baumfarm machen äh trinken mark klug wasser nein mark ist ja auch gerade ertrunken achso soll ich es machen ach genau und haben wir noch acht stück machen wir auch sand aber sand werden wir nicht haben äh wo ist sturmwaffel seine holzfarm äh hat er die nicht eingebaut ich weiß es nicht ich war hier seit fünf jahrtausende nicht war ich auch nicht doch ne 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 die ist nicht eingebaut ich verlass doch nicht den keller zum mail ich hab gerade eben schon hier dich besucht an der oberfläche wo nimmt man da holz raus das war schon schrecklich äh da hat er doch äpfel und da hat er dann auch so nen holzbox block ah hab 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 ein bisschen holz geklaut schnell flucht als der enderperlen darf sich auch jeder bei uns nehmen ja klar dass er irgendjemanden kennt ihm ja doch hört ihr ja jetzt eben in die kommentare schreiben ja ach ich hab schon bei wenien in den kommentaren mal gelesen da haben die leute geschrieben als wenige gefragt hat ich hab im ender äh ein jetpack über soll ich das irgendwem schenken haben alle geschrieben schenkt das z倍 und modatu die wollen das unbedingt Ja, weil wir, weil wir immer davon reden, dass wir nur mit Jetpacks spielen wollen. Ja, Jetpacks sind richtig cool. So, brauch ich ein... Ah! Äh, Podes... Wie heißt das Ding, was ich suche? Äh, Pore? Pore Daisy in Rezepte? Nein, das Ding heißt nicht Rezepte. Petal. Haben wir hier den Petal reingeworfen? Nein? Maudado, wo ist der Petal? Weiß es nicht. Äh, äh, äh... Der muss doch hier noch irgendwo sein, hier stand der... Ach, ich hab ihn nur umgestellt, ha. Ha, 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 i, i. Dann... Dann... Gehen wir oben lang. Oh... Ah! Dieses... Panische Item wegwerfen, wenn du dann irgendwas angreift, hab ich immer noch drin. Ja! Das hattest du... Bei Aura mit dem Wassereimer auch schon. Ja, ja. No, aber ich weiß auch, dass du schon während Varo hattest. Varo war nach Aura. Oh, okay. Ähm, wusste ich. Ja, immer wenn ich mich erschrecke, drücke ich die C-Taste. Und ich hab auf C wegwerfen. Und die C? Ach, sonst ruckst du mit dem Finger nach unten? Ja. Keine Ahnung, vielleicht will ich einfach auf die Spinne was draufwerfen. Das kann natürlich auch sein. Äh, jetzt brauche ich Pedals. Petal. Und da brauche ich noch... Seet. So. So. Achso, hier hat's den 5000. Äh, 5 Millionen. 5 Millionen. Das ist irgendwas Creative, was man im Creative Modus holen kann. Eine Million. 5 Millionen. Und dann 25 danach. Heißt, wir machen jetzt ein paar Mal den 5 Millionen. Den da. Dafür brauchen wir den. Und dafür brauchen wir ganz viel davon. Und dafür brauchen wir ganz viele Gold Nuggets. Und... Gold Nuggets sollten eigentlich nicht das Problem sein. Machen wir mal ein paar. Wir dürfen ja das Gold eigentlich haben. So. 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 Merkwürdig. Schönes Herz. Das ist das. Äh. Äh. Oh, doch schon habe ich mal 11 machen können. Das ist eigentlich... Ach. Ach, und da kann ich hier. So. Craftest du gerade was, oder? Eigentlich schon, ja. Okay. Mir leid. Kein Problem. Ich hab... Ich ess einfach... Ja ne, du kannst machen. Ich hab eh von ein paar Sachen anscheinend zu wenig. Ich weiß zwar nicht von was, aber von ein paar Sachen. Na, na. Ich ess mal gucken. Ach, von dem. Und von dem Coal Dust. Coal. Dust. Halt, 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 Halt. 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 Au. So werd ich vielleicht auch mal irgendwann mal sterben. Wäre ein interessanter Tod. Okay. Ach. Heute Abend ist außerdem Stream. Wahrscheinlich wieder 19 Uhr. Mit dem Zimplemann. Der eh wahrscheinlich viel zu viel gestreamt hat in den letzten Tagen. Nein, nein. Das geht schon. Ich mein, die... Die 20 Stunden oder so. Denkst du drei Mana-Spreader reichen? Weiß es nicht. Ich kenn mich damit nicht aus. Was ist das denn auch für ne Scheiße? Wer hat sich das denn ausgedacht? Na, wieder aggressiv. Ja, man muss drei Objekte auf den Tisch werfen. Redstone, Gold und Glow... Das sind... Glow... Stone. Davon dürfen wir jetzt was haben. Gold. Dann haben wir auch ein bisschen was. Und... Redstone. Ach, da oben ist Efe. Ah, ne. Äh... So... Und so... Und weg damit. Das ist hier unten rein. Äh... Zack. Mana. Spreader. Eins. Oh, okay. Es arbeitet. Zwei. Sind wir das hier unten fertig? Jetzt können wir das auch noch da rein machen. Haben wir nicht irgendwo ein besseres Upgrade? Ne, das haben wir mal irgendwann verkraftet in irgendwas. Mana-Spreader. Vier. Ich weiß, es gibt bestimmt irgendwas effizienteres. Aber... Ich weiß es. Ich kenn mich nicht mit dem Shit aus. Und solange ich nicht weiß, was effizienter ist... Bei euch einfach eine Armee aus Stuff. Du unterbrichst den Shit nicht. Du lebst da nichts auf. So... Hä? Hab' ich noch keins reingemacht? Ich hab' nichts keins reingemacht. Oh ja. Geht es aber, oder? Ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Immer noch mehr verbraucht? Zu mehr machen, da kann ich ja wirklich nicht aufopfern. Ja, nein, glaubt eh nicht. Kann, glaub ich, nicht höher, oder? Nee, das ist das Maximum. Ja, wahrscheinlich brauchen wir solche Sparkies. Ja, gut, wenn wir immer noch mehr verbrauchen, dann brauchen wir das auch nicht speichern. Das ist ja dann richtig sinnlos, wenn mir da einfach was dazwischen hängt. Ja, gut, dann nicht. Und dann mach ich wahrscheinlich die Crabby. Ein was? Spark, bastel mir Sparks. Die ganz normalen, nicht die japanischen. Also der nur Spark heißt, 4-9-9-0. Ja, ich bring dir auch die Petals mit. Haben wir Blaze Powder? Weiß ich nicht. Wir haben nur noch 4 Blaze Powder, das reicht nicht mehr für einen. Heißt, ich geh in die Hölle und fang Blaze? Soll ich machen? Ich fang auch schnell. Ich mach schnell. Wir hatten da ja irgendwo... Direkt was Nettes. Äh... Soll ich auf den Barren aufpassen, meinst du? Ja, klingt nach einer Idee. Aber es wird, glaub ich, eh nicht entstehen, es wird eh nur wieder despawn. Weil wir nicht genügend Mana reinwerfen. Was verlangt das Spiel denn da auch von einem? Wir müssen da hoch. Vielleicht haben wir nicht mal mehr genügend Mana hier drin, aber wir haben ja 1000 Mana Tablets voll. Oh, okay, davon gibt man Schaden. Ach, die Hölle ist echt gefährlich. Heute Tage früher war das nicht so. Ja, super. Okay, äh... Ich musste noch einen Nettes holen. Cool. Hä? Warum das denn? Weil hier ein Wiberskelett war. Achso, und das wolltest du fangen. Ja, die sind, glaub ich, viel seltener. Und davon können wir uns halt diese Wiberköpfe farmen. Was richtig OP eigentlich sein müsste, oder? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Kommt drauf an, wofür man sie braucht. Hey, die Sachen, die spawnen. Ich hab die Mana Pelle retten können. Ach kacke. Das ist doch alles stupid. Das ist doch alles stupid. Ihr schreibt mir in die Kommentare. Ich seh's bis dahin auch. Im Stream können wir das Portal nach Elfheim dann wahrscheinlich fertig machen. Ich guck mal mein Zeug hier raus, was ich gerade alles hier reingeworfen hab. Und richte mal das, was ich da oben umgebaut hab. Und dann können wir die Folge beenden. Oh, warte, ich hol mir noch was von unten. Ich baue's einfach gar nicht um. Doch, baue ich. Weil sonst schießen die Mana auf die Platte und es bringt nichts. Dass ich nicht verstanden hab, wie man die miteinander verbindet. Einfach geduckt Rechtsklick drauf machen. Uh. Steinchen. Na gut, dann bis heute auch zum Stream. Warte, 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 warte. Wir können davor vielleicht noch einen Blaze in die Maschine reinmachen. Okay. Ich hab eingefangen. Viel Spaß noch. Danke. Ah, ich hab jetzt einzig Erdabend geschrieben. Ah, er hat's noch gesehen. Na gut. So, I'm on the way. Back. Es war ja ernüchternd, die Folge. Für mich. Zumindestens. Hab ich gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Hab ich was Sinnvolles gemacht? Ach ja, ich hab hier den Energie-Output erhöht. Ah, ne. Blöde Spinnis. Blöde Spinnis, aus. Ach, der Sound-Mute-Block. Okay. Gut, seine Arbeit. So, und das und das da rein. Sehr verwirrendes Haus. Ich fliehe. Dann gehen wir mal wieder zu unserem Haus. Irgendwie wohnen wir doch sehr abseits, Maudado. Ja. Aber wir wohnen ländlich. Ist das nicht schön? Ja. Ja. Läuft's? Äh, ich hab's auf jeden Fall rein gemacht. So, bis zur Hälfte muss der Pool voll sein, dann können wir ja die Stuff machen. Mal schauen. Wenn die Spinne hier nicht rausrennen würde. Ach man. Wenn wir dann Ding checken, ob's, ob's überhaupt läuft. Du darfst die Spinne nicht töten. Essenz 8. Überlebt das. Was ist das für ne Küste, äh, für ne Rohre unter der Küste? Äh, das macht's direkt ins Lagersystem. Ach, deswegen haben wir 400. Äh, Dust. Glowstone. Hä? Und bin die Essenz nicht transportiert. Darf man keine... Glaub ich grad was kaputt gemacht? Hä? 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 Nein, nein. Du sammelst die Sens auf, wenn du drinstehst, ne? Ach, die sammle ich auf. Hä? Wie soll ich die aufsammeln? Das war bei mir immer so. Es sind keine Endermen gespawnt, solange ich im Raum war. Ach. Guck, siehst du? War... ...gerad irgendein Feuer. Kurz. Sterben die auch sicher da drin, wenn? Man hört hier da drin nicht. Oh, guter Kopf. Ich hab keine Ahnung, ob die Maschine läuft, ob ich sie spawne, aber es sind wahrscheinlich nur die Spinnen. Blaise... Eine Blazerot haben wir da drin noch. Und ähm... Naja, dann müssen wir es laufen lassen oder nicht. Ich beend die Folge, bis zum nächsten Mal. Tschüüüß!